Herzlich Willkommen bei Geschichtsfenster, mein Name ist André und heute geht es um eine Doku von Arte. Unter dem Titel Pflügen, Ackern, Kämpfen, die Geschichte der Bauern gibt es eine vierteilige Dokumentation eben über Bauern. Den ersten Teil über die Anfänge, den habe ich mal übersprungen, auch wenn da komische Aussagen über die Religiosität von Bauern drin waren. Ich nehme den zweiten Teil, da geht es vor allem um das Mittelalter. Rebellion und Krieg ist der Untertitel, aber so viel ist da gar nicht drin und überhaupt diese ganze Doku, ihr werdet sehen, die ist sehr merkwürdig. Ich war mehrfach sehr verwirrt, es wird euch nicht viel anders gehen, aber ich glaube, ihr habt Spaß mit dabei zuzugucken. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf Holy, die haben gerade die Zusammensetzung ihrer Probierpacks geändert. Da sind neue Sorten drin, kann man sich mal anschauen. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung, auch den Rabattcode unbedingt verwenden und probiert die Probierpacks mal aus. Ich habe damals so angefangen, seitdem trinke ich die und ihr könnt es ja auch mal versuchen. Aber jetzt ab zur Doku. Mehr als 1000 Jahre lang ist ganz Europa bäuerlich geprägt. Das halte ich sogar für relativ untertrieben, weil ich würde sagen, es ist bis ins 19. Jahrhundert vor allen Dingen bäuerlich geprägt, streckenweise bis ins 20. Jahrhundert, kleinstreckenweise bis heute. Und das ist es, seit wir im Ackerbau angefangen haben. Also 1000 Jahre ist eine heillose Untertreibung, was die agrarische Prägen von Europa angeht. Von Generation zu Generation bebauen Männer und Frauen den Boden, damit sie sich und ihre Mitmenschen ernähren können. Doch was wissen wir über ihre Sorgen und Träume, ihre Solidarität untereinander und ihre Revolten gegen Herrscher, die sich ihre Felder um... Habe ich da gerade einen Drachen gesehen? Warum? ...damit die Grundlage ihrer Arbeit aneignen wollen. Ohne politische Macht leben die Bauern lange still im Hintergrund. Das ist heute anders. Und ihre Geschichte aktueller denn je. Seit jeher ist sie vor allem von einem Aspekt geprägt. Dem Boden und seiner Nutzung. Rebellion und Krieg kann ja nur gut werden. Also ist schon mal keine Doku der schnellen Schnitzel. Es gibt keinen so Schnittgewitter. Die haben offenbar Zeit mitgebracht. Graspflanzen darf man nicht erschöpfen. Wenn das Gras beim Weiden immer wieder gekürzt wird, bevor es richtig sprießen kann, braucht die Pflanze ihre Reserven auf und wird geschwächt. Dann hält die Weide nicht lange durch. Wir setzen uns dafür ein, dass sie 10 bis 20 Jahre gedeihen kann. Aber dafür muss man darauf achten, dass sie im optimalen Stadium beweidet wird. Diese Phase nennt man Drei-Blatt-Stadium. Hier, Süßgräse haben ein, zwei, drei Blätter. Bei Weiden für Milchkühe ist das Laubbüschel 18 bis 20 Zentimeter lang. Der beißt eine Menge über Gras. Respekt! Jeder Bauer trägt in gewisser Weise dazu bei, die Gestaltung der Landschaft mitzuprägen. Wir haben großen Einfluss. Alles hängt davon ab, ob ich meine Hecken pflege oder nicht. Ob ich eine Hecke pflanze oder nicht. Ich kann Hecken und Obstbäume pflanzen und eine Streuobstwiese anlegen. In 100 Jahren wird man Birnbäume sehen, die wir gepflanzt haben. Das ist schön. Wir versuchen etwas zu hinterlassen, das lebenswert ist. Das ist interessant und lebenswert. In der Geschichte galt die Natur manchen aber auch als Gegner, den man gefügig machen muss. Wie im Fall der pontischen Sümpfe bei Rom. Ganz im Gegensatz zu uns heute. Heute leben wir in Einklang mit der Natur, wie jeder weiß. Ab 1930 lässt sie das faschistische Regime Mussolinis zur Gewinnung von Ackerland trockenlegen. Die Propagandaaktion heißt Weizenschlacht. Die Bilder von damals wirken fast wie ein Kriegsfilm. Ich glaube, das ist beabsichtigt. Bereits um das Jahr 1000 wird in Europa großflächig Land urbar gemacht. Das ist... Ich bin irritiert, weil der hat da erstens Zugochsen und zweitens keinen Räderpflug. Das ist ja gerade so ascharich und das Bild sieht mir nach 16 im Jahrhundert aus. Okay. Schräges Bild. Also technisch für die Zeit völlig veraltet. Nach Jahren der Stagnation sieht das Wachstum der Bevölkerung und auch das der Wirtschaft wieder an. Ja, es ist schon richtig. Aber so ohne Kontext klingt es jetzt so, als wäre das Mittelalter die Stagnation. Und es ist ja nur das 14. und 15. Jahrhundert. Da haben wir einen großen Bevölkerungsrückgang. Und der übrigens zu Wohlstand führt. Also darf man nicht falsch sehen. Auch bei Bevölkerung ist Wachstum nicht unbedingt das Alleridealste, wie wir heute gerade erfahren. Aber wie gesagt, so aus dem Kontext gerissen, klingt es gerade so ein bisschen, als wäre das Mittelalter die Stagnation. Nee, nee, bis Anfang des 14. Jahrhunderts ist das Bevölkerungswachstum des Mittelalters rasant. Wirklich rasant. Die Herrschenden drängen auf mehr Ackerland, das aus Wäldern und Sumpfgebieten wie an den Ufern des Po in Norditalien gewonnen wird. Es ist schon richtig, es gibt tatsächlich in der Neuzeit auch wieder eine Phase der stärkeren Urbarmachung. Nachdem es ja im 14. Jahrhundert durchaus zurückgegangen ist. Da haben wir die Zeit der Wüstung, in der Dörfer aufgegeben wurden. Mit diesen Flächen haben große Klöster und Grundherren ihre Macht ausgebaut. Sie brachten Menschen zur Arbeit dorthin und strichen die Gewinne ein, die sie durch die Bewirtschaftung erzielten. Man tat der Natur Gewalt an. Und das rächt sich irgendwann. Wenn man zur Bewirtschaftung des Landes zum Beispiel Flüsse kanalisiert. Aber da sind wir doch weit, weit, weit in der Neuzeit. Wird bei Überschwemmungen nicht nur das Brachland überflutet, also Sümpfe oder Wälder, sondern auch die bewirtschaftete Fläche. Die Überschwemmung von Brachland ist kein Problem. Aber wenn neu geschaffene, landwirtschaftlich genutzte Flächen betroffen sind, entstehen große Schäden. Für die Menschen und die auf dem Land errichteten Dörfer eine Katastrophe. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, von welcher Zeit er spricht. Also nicht die allergeringste. Die Bilder haben mich eben in die frühe Neuzeit gezogen. Dann habe ich gedacht, nee, es geht aber eigentlich ums Mittelalter. Die Bildquelle war einfach nur völlig davon entfernt. Und jetzt redet er von sehr, sehr modernen Dingen. Also tatsächlich, ich finde es immer gut, wenn man so ungefähr folgen kann. Wo sind wir gerade zeitlich? Das kann ich gerade überhaupt nicht. Im 11. Jahrhundert wird der Aufschwung immer sichtbarer. Der Bau großer Kathedralen zeugt besonders eindrucksvoll von dieser... Dann habe ich einfach nicht zugehört. Die reden tatsächlich von einem hochmittelalterlichen Aufschwung. Okay, verstehe. Also im Hochmittelalter wird der Aufschwung sichtbar? Ja, und jetzt zeigt er uns ein Bild aus dem 15. Jahrhundert. Das ist eine Kathedrale aus dem 15. Jahrhundert zeigt. Für den Bau der Kathedralen im 11. Jahrhundert. Läuft. Neuen Zeit des Wohlstands. Der ist vor allem auf die Arbeit der Bauern zurückzuführen. Ja, auf wen denn sonst im hochmittelalterlichen Europa? Sie tauchen auf Bilder nur selten auf. Und wenn, erscheinen sie verloren unterhalb von König und Heiligen, meist in der Nähe von Monstern und ihrem Status gemäß am Rand. Die Argumentation ist, dass jetzt diese Bauern, die ja eher ein dekoratives Teil haben, absichtlich in die Nähe von Monstern gepackt... Unsinn. Also nein, es sind einfach keine handelnden Figuren. Es sind Archetypen. Diese Bauern, die dargezeigt werden, sind meistens Archetypen. Ganz selten hat man mal eben Abel, der dargestellt wird. Das ist aber wirklich nicht häufig. Und als Archetypen sind sie halt keine zentralen Figuren. Und es sagt schon meine Formulierung gerade. Zentral oder eben nicht zentral. Und sie sind nicht zentral. Jetzt seid ihr mit euren Bildquellen aber ganz weit abgetrifftet. Eine Bäuerin geht auf den Markt, um ihre Milch zu verkaufen. Sie träumt davon, reich zu werden. Doch als ihr Milchkrug zerbricht, kann sie Kälber, Kühe, Schweine und Brut vergessen. Die hätte sie von einem Topf Milch auch nicht kaufen können. Was sehe ich da gerade? Worauf wollen sie jetzt hinaus? Wir waren eben noch im 11. Jahrhundert. Mitte des 13. Jahrhunderts eine weit verbreitete Geschichte. Wirklich? Das könnt ihr belegen. Ich bin ja immer sehr, sehr skeptisch, wenn solche alten Geschichten beliebig ins Mittelalter verpflanzt werden. Bin ich wirklich skeptisch. Und hätte ich ja nicht irgendein Bild nehmen können, das ist ein bisschen näher. Kleiner Tipp, im Lutrell-Psalter. Hätten die ein gar nicht mal so weit davon entferntes Bild mit Frauen mit Krug auf dem Kopf finden können. Gern geschehen. Aber das ist halt 20. Jahrhundert. Solche Lektionen der christlichen Moral predigen die Priester an jedem Sonntag. Das ist jetzt christliche Moral. Und die Priester in der Zeit predigen solche Geschichten. Wollt ihr mich verstehen? Also, wir hatten gerade eine wirklich schlechte, schlechte Doku über Hygiene. Das Gute ist an der, du kannst den Quatsch sofort erkennen. Dieser Quatsch ist viel subtiler. Warnen die Bauern vor der Versuchung, sich über ihre Verhältnisse zu erheben. Diese Geschichte zeigt jedoch auch, dass die Bauern des Mittelalters vom Wachstum profitieren. Warum sollen sie nicht? Und die Kirche braucht nicht so unsinnige Geschichten, um zu sagen, dass man sich nicht über seinen Stand erheben soll. Weil das ist ja so die Grundidee der Gesellschaft, dass es relativ fest ist und das gottgegebene Haus, an dem jeder seinen Platz hat. Aber ausgerechnet die Kirche. Ausgerechnet die. So bringt die mit der höchsten sozialen Mobilität. Weil da kann man tatsächlich aus einfachsten Verhältnissen bis in die Leitung aufsteigen. Also wir haben Päpste, die Bauernsöhne waren. Also gerade die ist ja die, die Begabte an die Klosterschulen holt und so. Ach, was rede ich. Als sich die Marktwirtschaft vor allem ab dem 12. Jahrhundert weiterentwickelt hat, waren auch die Bauern darin beteiligt. Ja, klar. Weil die Märkte und die Bauern finden zusammen. Also da ändert sich ganz viel an den Dörfern. Habe ich gerade im Video über Dorf auch so gesagt. Das sieht man in den meisten Teilen Europas. Bauern mussten an den Grundherren Abgaben leisten. Aber der Rest des Ertrags reichte nicht nur gerade so zum Überleben. Sie hatten genug, um auf Märkten selbst Getreide zu verkaufen. Danke, danke. Weil hier haben wir genau den Übergang von der Eigenwirtschaft der Grundherren zum Bauern, der als quasi Selbstständiger auf seinem Land vom Grundherren erhält. arbeitet, Abgaben leistet. Aber einen ganz ordentlichen Teil selbst, weil die Abgaben sind im Mittelalter tatsächlich nicht so unfassbar hoch. Die Bürger brauchten das Getreide und kauften es. Die Bauern kauften Kleidung und Eisenwaren, die besser waren als das, was sie selbst oder der Schmied in der Nachbarschaft herstellen konnten. Perfekt formuliert. Denn die Dörfer waren ursprünglich auf fast komplette Eigenwirtschaft ausgelegt. Selbst Metall oder sowas wurde gerne mal relativ lokal verarbeitet. Aber natürlich mit spezialisierten Handwerkern hat man da ganz andere Möglichkeiten. Auch Textilien, vorgefährte Textilien kommen. Aber das ist genau der Punkt. Es war besser, als das, was sie selber hatten. Und die Arbeitsteilung vergrößert sich dadurch noch. Wenn ich als Bauer nicht mehr genötigt bin, alle meine Holz-, Metall- und Textilbahnen selber zu produzieren, dann kann ich mich umso mehr auf meinen eigentlichen Job konzentrieren, kann dadurch am Markt teilnehmen. Und exakt das ist das. Die Marktbeteiligung wird immer stärker. Sie wurden ein Teil der Marktwirtschaft. In der Folge haben die Märkte enorm expandiert. Denn Bauern machten damals 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung aus. Mindestens. Ich gehe sogar von über 90 Prozent aus. Sobald die Bauern am Markt teilnahmen, wurde er wesentlich größer. Ich glaube, das ist die Ursache für die rasche Expansion des Handels im 13. und 14. Jahrhundert. Warum hat dieser Bauer eine Kette am Bein? Wieso? Die Lebensqualität der Bauern steigt. Dank des auf dem Land zirkulierenden Geldes gewinnen sie einen Teil ihrer Freiheit zurück. Dank des Geldes, also nein, nicht wegen des Geldes erlangen sie einen Teil ihrer Freiheit, sondern nachdem sie einen Teil ihrer Freiheit erlangt hatten, Freiheiten im Mittelalter immer ganz wichtig, können sie am Markt teilnehmen. Also zumindest für die meisten. Für die bäuerliche Oberschicht gilt das natürlich. Wer wohlhabend wird, es gibt eine bäuerliche Oberschicht. Der kann sich ja zu den Freiheiten kaufen. Für die große Menge bedingt das eine oder andere. Und die Sache mit der Kette am Fuß ist doch nicht der Ernst. Die wollen mich doch veralbern. Ja, da ist der Drache wieder. Keine Fragen. Allmählich verschwinden Frohendienst und Leibeigenschaft. Die Grundherren erlauben den Bauern, ihre Freiheit zurückzukaufen. Dabei bevorzugen sie Geld, damit sie nicht auf die Dienste einer zwar freien, aber widerwilligen Arbeitskraft angewiesen sind. Das Bild, die Szene ist doch nicht euer Ernst. Und weißt du, genau eben, der Experte erzählt gute Sachen und jetzt kommt eine Einordnung durch die Sprecherin, die einfach nur an Haaren herbeigezogen ist. Also so funktioniert das nicht. Also diese übergewichtige Adelige, die sie da darstellen, schlimm. Die müssen sich die Freiheit nicht kaufen. Die meisten Bauern wollen da auch gar keine Freiheiten kaufen. Die sind damit ganz zufrieden. Aber die Abgaben, die Naturalabgaben werden mehr und mehr zu Geldabgaben. Und was hier rüberkommt ist, ja, die haben sich frei gekauft wie Sklaven im alten Rom. Und genau das ist nicht der Punkt. Man hat sich nicht frei gekauft. Das war kein solcher Prozess. Das Freikaufen tut man sich dann, wenn man wirklich zum Beispiel weg will. Wenn ich in die Stadt will, dann kann ich mich von meinem Herrn sagen, hier, ich will gehen hier. Funktioniert. Sowas gibt es durchaus. Aber das, was sie da haben, ist halt die antike Form von Sklaverei, die sie hier vorstellen. Die Situation der Bauern verbessert sich. Doch die Eliten des Mittelalters halten sie für wenig zivilisiert. Wie sieht es denn heute aus mit den Eliten, heute und ihrem Bild von den normalen Leuten? Also bitte. Ich sehe da nichts Ungewöhnliches. Rosenroman des 14. Jahrhunderts ist der Bauer ein gefährlicher Unheut. In der Rittergeschichte Iwain trifft der Held mitten im Wald auf einen Bauern. Er hatte einen riesigen Kopf, schwarzes, struppiges Haar und eine kahle Stirn. Seine Ohren waren behaart, fast so groß wie die eines Elefanten und seine Augenbrauen buschig. Sein Gesicht breit und flach. Breit und flach, nicht lange Nase. Wo kommt diese lange Nase her? Eulenaugen, eine Katzennase, ein gespaltenes Maul, wie das eines Wolfes. Große, gelbe, scharfe Zähne wie ein Wildschwein. Der Ritter fragte mutig, bist du ein gutes Geschöpf? Ich bin ein Mann. Ich verstehe diese Zwischenzähne nicht, aber ich will mehr von dem klugen Mann da hören. In vielen Quellen des Mittelalters begegnet man Bauern mit größter Verachtung, als lebten sie in einer anderen Kaste. Sie leben in einer anderen Kaste. In einer Geschichte geht ein Bauer mit seinem Esel auf den Markt. Der Esel ist voller Mist. Beide landen auf dem Gewürzmarkt. Dort ist der Geruch so ungewohnt für den Bauern, dass er in Ohnmacht fällt. Er kommt erst wieder zu sich, als man ihm Mist unter die Nase hält, denn er riecht etwas, das normal für ihn ist. Bei dem glaube ich diese Quelle durchaus. Aber das ist halt, ja, ein Schwank. Ein Nachbar hat mir erzählt, dass er in der Schule von den anderen Kindern, die keine Bauernkinder waren, verspottet wurde. Er roch nämlich nach Dung, weil er die Kuhstelle ausgemistet hatte. Er fühlte sich gedemütigt, seine ganze Kindheit lang verachtet. Ich gehöre einer anderen Generation an. Aber ich habe das auch erlebt. Meine Kindheit war auch voller Zurücksetzungen, weil ich die Tochter von Bauern bin und das als Schande galt. Ich hatte einen Kindergeburtstag auf dem Dorf, in dem ich bin, habe ich auf dem Dorf aufgewachsen, in Rossbach, in der Wetterau. Und ich bin in der Stadt zur Schule gegangen, weil meine Eltern in Frankfurt gearbeitet haben. Und die Kinder haben sich auch über den Geruch nach Misthaufen beschwert. Und ich habe nichts gerochen. Also das ist, glaube ich, eine relativ reale Sache, auch heute noch. Deswegen bin ich auch immer so überrascht, wenn Leute sich über solchen... Also ich rieche es inzwischen deutlich mehr, aber damals überhaupt nicht. Der Beruf des Bauern gilt nichts. Jemand sagte mal, mein Vater ist immerhin Lkw-Fahrer. Das ist nicht so armselig, wie einen Bauern als Vater zu haben. Ja, also das ist genau der Punkt. Eben haben sie so hingestellt, im Mittelalter wurden Bauern so marginalisiert. Heute auch. Da hat sich nichts geändert. Bis vor zehn Jahren war das Wort Bauer verboten, weil es angeblich abwertend klingt. Wenn man hier bei uns im Fernsehen über die Rechte der Bauern sprechen wollte, musste man das Wort Kleinbauer benutzen. In einem Interview mit einem Journalisten haben wir immer wieder Bauer gesagt. Er riet uns, es zu vermeiden, weil er es sonst jedes Mal mit einem Piepton ausblenden muss. Da würde ich ganz gerne wissen, was da in der Übersetzung verloren gegangen ist. Also im Englischen, er ist ja aus Rumänien, also müssen wir jetzt gucken, welche Worte in Rumänien wirklich verwendet wurden. Auf Englisch sagt er Peasant und Farmer und mit Bauer und Kleinbauer ist es dann völlig verloren gegangen. Die Übersetzung ist großer Mist. Die hören nicht auf, mich zu überraschen. Was haben denn der Hedgewell für eine Szene drin? Im Zuge des neuen Wachstums tritt auch die Stadt wieder hervor und erlebt nach mehreren Jahrhunderten ein Kampf. Wir sind in einer Doku über Bauern im Mittelalter. Und jetzt gerade geht es, ich glaube, sie fängt jetzt an mit dem Wachstum der Städte im späten Hoch und im späten Mittelalter. Wer kommt auf die Idee, diese Szene dazu zu bringen? Doch die Bauern trifft es hart. Auf dem Land hat nun der Städter das Sagen. Das gilt besonders für Italien. Hier geht es Im Mittelalter hat jetzt auf dem Land der Städter das Sagen. Okay. In Italien. Ich bin gespannt, warum. Geben die großen Städte im Norden und in der Mitte des Landes den Ton an. Ja, die Städte in Italien sind sehr, sehr mächtig. Ist auch eine andere Lage als bei uns, weil du kannst in Italien Adel, auch Hochadel von Städten nur schwer trennen. Bei uns ist es anders. In Italien sehr, sehr deutlich, dass die in den Städten sich auch die Adeligen oder dass die Adeligen in den Städten sitzen. Das französische Wort für Bauer lautet Paison und bezieht sich auf Pays, also das Land. Dasselbe gilt für das englische Wort Peasant. Das italienische Wort Contadino dagegen bezieht sich nicht auf das Land, sondern auf die Stadt. Contado bezeichnet nicht das Land an sich, sondern das der Stadt unterworfene Land, über das die Stadt politische, soziale und wirtschaftliche Macht ausübt. Also wie gesagt, es ist wirklich so, in Italien waren viele, viele Grundherren in Städten ansässig. Das ist gar keine Frage. Da sind einfach auch, das auch natürlich das alte römische System hat er überdauert, wo es ganz ähnlich war. Diese Herrschaft geht auf eine Besonderheit der italienischen Aristokratie zurück. Die besitzt den Großteil des Landes. Ja, wie überall sonst auch, nur gleich will sie sagen, lebt aber in der Stadt und das ist die Besonderheit. lebt jedoch in Städten und zwingt dem Land von dort ihre Gesetze auf. Während in allen anderen Gebieten die Adeligen vor Ort oder fast vor Ort leben und von daraus ihre Gesetze aufzwingen. Das sind so Formulierungen. Das zeigt das berühmte Fresko der guten Regierung in Siena. Tolles Fresko nebenbei. Ganz großartiges Fresko. Die Produktion auf dem Land wird dem Dienst für die Stadt unterstellt. Bei näherer Betrachtung wirkten die Bauern als führten sie etwas im Schilder. Da ist jetzt aber viel rein interpretiert. Man sah Bauern nicht nur als dumm, ungeschliffen und ungebildet an, sondern auch als Diebe, als Leute, die stehlen. Bei den italienischen Grundherrn herrschte diese negative Vorstellung von den Bauern im Mittelalter und in der gesamten Neuzeit vor. Der Bauer galt als jemand, der dem bürgerlichen Grundherrn vorenthält, was er ihm schuldig ist. Städtischen Grundherren ging es vor allem um den Profit und weniger um die Kontrolle über die Person, wie es Da ist wahrscheinlich ein Unterschied allein durch die räumliche Entfernung. Da würde ich sogar argumentativ mitgehen. Für die traditionelle Aristokratie typisch war. Auch an der flämischen Nordseeküste erleben die Hafenstädte einen echten Boom. Die Eliten werden so allmählich vom ländlichen Umland abgetrennt. Flandern ist wahrscheinlich der urbanisierteste Teil Europas zu der Zeit. Die Städte an der Nordsee verkörperten die Welt von Handel, Banken und Kapital. In den nahegelegenen Sumpfgebieten lebten freie Bauern, die ebenfalls einen hohen Lebensstandard genossen und politische Macht besaßen. Haben die gerade gesagt, dass die Bauern da einen hohen Lebensstandard genossen? Ui! Das konnten die städtischen Eliten nur schwer tolerieren. Denn ehrgeizige Landbewohner oder Bauern sind für ehrgeizige Stadtbewohner gefährlich. Sie sind zumindest für den Wohlstand gefährlich, weil je besser die dastehenden Verhandlungen, umso teurer werden die Grundnahrungsmittel. Tatsächlich, eine Stadt ist durchaus an relativ machtlosen Bauern interessiert, weil es natürlich deutlich auf die Einnahmen auswirkt. Arme und mittellose Bauern sind nicht gefährlich und daher kein Problem. Aber wenn Bauern Reichtum und Macht erwerben, werden sie für städtische Kaufleute zum Problem. Aus Neid und auch aus Angst. Denn die Bauern waren nicht mehr arm und mittellos. Sie hatten Erfolg und wurden zu Konkurrenten in der Gesellschaft. Diese Bauern wollte man durch ein Bündnis aus städtischen Eliten, Adel und Kirche niederhalten. Bereits im 11. Jahrhundert beginnen unabhängige Bauerngemeinden mit dem Bau von Deichen. Sie wollen die sumpfigen Gebiete der Nordseeküste trocken legen, zur Landgewinnung für den Getreideanbau. Diese Deiche sind bescheidene Bauten. Dorfgemeinden errichten und warten sie gemeinsam und festigen so untereinander ihre Solidarität. Wie sehr viele Dinge auf dem Dorf ist das natürlich auch Genossenschafts Arbeit. Das ist richtig. Jede Familie ist zuständig für die Instandhaltung eines Deichabschnitts, dessen Größe proportional der Größe ihrer Felder entspricht. Die Deiche sind allerdings anfällig und halten den Stürmen nicht immer stand. Der Trache wieder. Beschädigungen sind häufig. Sie werden jedoch so gut und so schnell es geht ausgebessert. Dann aber eine neue Entwicklung. Im Mittelalter wurden die Deiche nach Überschwemmungen von Bauern repariert. Jo. Manchmal direkt danach, manchmal im Verlauf von Jahren. Allmählich warf man den Bauern wegen der Überschwemmungen aber Versagen vor und nutzte das zur Enteignung. Man nahm den Bauern das Land weg. Ein Deichbruch oder eine Überschwemmung galten als Beleg dafür, dass die Bauerngemeinde nicht für einen ordnungsgemäßen Zustand ihrer Deiche gesorgt hatte. Der Gedanke ist jetzt ja nicht so ganz abwegig. Also wir haben tatsächlich so im Verlauf des 13, 40 Jahrhunderts ein paar sehr, sehr starke Fluten und ich glaube, die Diskussion würde heute nicht anders aussehen. Also stellt euch vor, der Küstenschutz in Niederlanden wäre in Hand von so privaten Leuten, also von Bauern und dann hätten wir ein paar große Flutkatastrophen. Der Gedanke, dass die das nicht hinkriegen und besser die öffentliche Hand das macht, ist ja nicht so fern, oder? Ich wundere mich immer, dass so Sachen als solitär mittelalterlich dargestellt werden und bei ganz vielen Dingen denke ich, ja, das würden wir heute genauso ein neues Gewohnheitsrecht besagte, dass der ursprüngliche Eigentümer sein Land verlor, wenn es innerhalb eines Jahres nach einer Überschwemmung nicht zugänglich war. Das ist gar keine dumme Regel, oder? Alter, du hast ein Jahr lang Zeit, das Ganze in Ordnung zu bringen. Wenn nicht, dann machen wir es. Klingt das jetzt gar nicht mal so blöde? Sie mussten ihr Land hergeben, so war es vorgeschrieben. Das wurde von Juristen im Auftrag von Königen, Grafen, Fürsten und Bischöfen veranlasst, denn die interessierten sich zunehmend für diese Küstengebiete. Dort konnte man Gewinne machen und neues Land erschließen. Viel wichtiger als die Gewinne, die man machen kann, aber grundsätzlich ja, sind zwei große Dinge. Erstens, auch die Stadt will vor der Flut geschützt sein und es gibt so ein paar Weifel, wo sie eben nicht war. Wir haben auch große Fluten in der Zeit. Und das Zweite ist natürlich, je mehr Land ich um die Stadt herum besitze, umso besser kann ich meine Stadt versorgen. Also Städte haben ein Umland und das zu erweitern ist natürlich im Interesse der Stadt. Ja, da haben wir Interessen Konflikte zwischen Bauern und Städten, ganz klar, aber so merkwürdig klingt es jetzt eigentlich nicht. Ich glaube auch, dass dieser Experte noch viel mehr erzählen würde, aber wir haben natürlich nur einen Ausschnitt von dem, was er erzählt hat, der vielleicht ins Narrativ passt, keine Ahnung. Das war jedoch weder Ödland noch Wildnis. Da lebten Bauerngemeinschaften. Man wartete auf eine Überschwemmung, sah, dass die Bauerngemeinschaft ihren Deich nicht reparieren konnte und beschlagnahmte ihr Land. Ja, aber wie gesagt, das würde man heute doch auch tun. Also bitte! Um es für neue Projekte zu nutzen. Nach 300 Jahren Fortschritt erlebt Europa Anfang des 14. Jahrhunderts gleich eine ganze Reihe von Krisen. Das Wort Krise benutzt man in der Forschung nicht mehr so sehr. War lange diskutiert, die Krisenzeit im Spätengleiter, aber es gibt eine ganze Menge Ereignisse und Katastrophen im 14. Jahrhundert. Hungersnöte, Kriege, Krankheiten. Es wie in Bruegels Gemälde, der reinste Albtraum, der lange andauern wird. Nur dass Bruegel halt im 16. Jahrhundert sein Bild malt und eigentlich eine ganz andere. Auch da haben wir natürlich wieder Endzeitstimmung und so, aber es hat tatsächlich originär mit der Pest und den Hungersnöte im 14. Jahrhundert nichts zu tun. Seit dem Jahr 1000 basiert das Wachstum vor allem auf dem erweiterten Anbau von Getreide, der wichtigsten Ressource für Märkte und Menschen. Diese Abhängigkeit führt letztlich in eine Katastrophe. Anfang des 14. Jahrhunderts kommt das durch mehrere Missernten zu einer Hungersnot, wie es sie in Europa seit Jahrhunderten nicht gegeben hat. Die Hungersnot von 1315 bis 1318 ist wirklich massiv. Feuchtes Klima, mehrere Hungersnot hintereinander, Wucher und es steigert sich, die Hungersnot steigert sich und am Ende ist tatsächlich das so eine einschneidende Katastrophe Anfang des 14. Jahrhunderts vor der Pest. Die Pest kommt erst noch. Man nennt sie die große Hungersnot. Sie fordert mehrere Millionen Tote. Das landwirtschaftliche Siedlungswesen, also die Ausweitung von Ackerbau auf Kosten anderer Tätigkeiten, führte im Mittelalter in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts zu schweren Hungersnöten. Das verstehe ich jetzt nicht. Hätten die sich nicht der Landwirtschaft gewidmet, hätte es dann keine Hungersnot gegeben. Also das Bevölkerungswachstum wäre geringer gewesen, aber das Bevölkerungswachstum kommt ja daher, dass ich einen größeren Gesamtertrag habe. Kleinerer Gesamtertrag, kleinere Bevölkerungswachstum, aber die Missernte wäre trotzdem gekommen. Man kann jetzt argumentieren, es wären nicht ganz so viele Leute dabei gestorben, aber die Hungersnot hat nichts damit zu tun, dass man spezialisiert Ackerbau betrieben hat. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler drin? Die bäuerliche Wirtschaft strebte nach Diversifikation, also Ackerbau parallel zur Waldweidewirtschaft. Da wird sich Hontes freuen, wenn gerade die Waldweidewirtschaft benannt wurde, wird viel zu oft übersehen. Ja, grundsätzlich ist das richtig, aber genau die Größe der Bevölkerung sorgt ja dann auch dafür, dass das nicht mehr ausreicht. Also ich kann nicht für Italien sprechen, aber zum Beispiel hier im deutschsprachigen Raum werden Höhenlagen unter den Pflug genommen, die eigentlich gar nicht wirklich ertragreich genug sind. Was dann nach dieser Hungersnot mit einem Bevölkerungsrückgang auch dazu führt, dass eben Dörfer aufgegeben werden, die nicht ertragreich genug sind, sprich die Wüstungen. In 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 Ja, aber diese Hungersnöte, es war halt vor allen Dingen Kälte und Feuchtigkeit. Ich glaube, die hätte da nicht so unfassbar viel geholfen. Und was geschah dann? Die Ressourcenvielfalt beschränkte sich nur noch auf den Ackerbau. In einem Text aus dem 11. Jahrhundert heißt es, ohne Ackerbau kann man nicht überleben. Das ist eine schockierende Aussage, die man im 6. oder 7. Jahrhundert von keinem Bauern gehört hätte. Ja, Ackerbau war wichtig, aber man konnte auch ohne ihn überleben. Doch das galt plötzlich nicht mehr. Der Mangel an Getreide führte also unmittelbar zur Hungersnot. automatisch der Fall. Ja, ich glaube auch nicht, dass die Menschen im 13. und im 14. Jahrhundert ohne Ackerbau hätten überleben können. Dann hätte es die mittelalterliche Gesellschaft so, wie es sie gibt, nicht gegeben. Also natürlich gibt es Völkern. Toriumwart Vorsicht, die Lüneburger Heide ist viel älter. Die Lüneburger Heide ist nicht durch mittelalterliche Umweltzerstörung entstanden. Das ist ein altes Gerücht. Lüneburger Heide ist erheblich älter. Amen. Chronisten berichten von dramatischen Maßnahmen. Die Menschen mischten Erde mit Resten von Mehl, kneteten den Teig und formten einen kleinen Leib, um die Illusion von normalem Brot zu erwecken. Das Grundnahrungsmittel der Bauernfamilien ist fortan das sogenannte Hungerbrot. Fortan ist gut. Wir reden tatsächlich von einer beschränkten Zeitraum, aber ja, diese Hungersnot ist extrem. Das ist auch genau die Zeit, wo es Antonios Feuer geht, weil es vollkommen egal ist, ob da Mutterkorn in ihrem Getreide ist oder nicht. Hauptsache sie essen irgendetwas. Es ist eine Hungersnot mit vielen, vielen Toten. Und macht euch da im Mittelalter diese wirklich massive Hungersnot, aber Entschuldigung, das haben wir heute immer noch. Ich bin alt genug um die Hungersnote in der Saalzone. Also die sind ja nicht abgebrochen, sie klingt so als Vergangenheit, aber die ganz große Berichterstattung darüber, die habe ich komplett miterlebt. In Texten aus der damaligen Zeit zufolge haben die Menschen irgendwann ihr Menschsein aufgegeben. Sie ernährten sich von Gräsern und Kräutern direkt auf dem Feld. Und Leute, die sich wegen einer Hungersnot in ihrer größten Not so etwas tun, da von sie reden, dass sie ihre Menschlichkeit aufgegeben haben, ich würde es genau andersrum betrachten. Sicut Pekudes, wie das Vieh, so heißt es da. Solange sie aus Kräutern und Wurzeln noch eine Art Brot herstellen konnten, warten sie ihre menschliche Identität, ihre kulturelle Zugehörigkeit zu einer menschlichen Gesellschaft, als Lebewesen, die ihre Speisen selbst zubereiten. Diese Speisen verkörpern ihre kulturelle Identität, selbst in den aussichtslos scheinenden Momenten. Hungersnöte verschärfen die Spannung zwischen Stadt und Land. Die Städte besitzen Getreidereserven und so flüchten die Bauern auf der Suche nach Hilfe dorthin. Ja, vor allen Dingen in der Folge dieser Hungersnot werden, also da kommen ja noch ein paar Hungersnöte hinterher, kleinere natürlich, aber mit der Erfahrung dieser großen Hungersnöte, spätestens dann fangen die Städte an, gewaltige Getreidevorräte anzulegen. Also wie gesagt, die Neuss sagt nach einer im Jahr Belagerung, auch Getreide hätten wir noch für sechs weitere Jahre gehabt, gar kein Thema. Und natürlich, wenn wir dann später kleine Hungersnöte haben, dann wissen die Menschen, es gibt in den Städten, aber übrigens auch in den Klöstern Getreidevorräte und wenden sich dahin. Völlig logisch. Doch die Bourgeoisie will nicht heilen. In Thor, in der Champagne, gibt sie bekannt, dass Brot vor den Toren der Stadt ausgegeben werden soll. Aber als die Bauern draußen sind, werden die Tore geschlossen. Die Hungernden sind ausgesperrt. Wie kommen die Bauern in die Stadt? Die machen so überhaupt keine Trennung zwischen Stadt und Landbewohner. Also so Geschichten kenne ich auch. Aber sind das jetzt Bauern aus der Stadt, die rausgelockt werden? Oder sind die da hingeflüchtet? Oder? Das wüsste ich jetzt gerne genauer. Und Bourgeoisie? Im 14. Jahrhundert? Okay. Okay. Wir haben verstanden, dass die Menschen im Mittelalter keine besonders gute Sicht auf die Bauern hatten. Also die Quellen, die Schriftquellen, die wir kennen, sind meistens von Nicht-Bauern. Und dass Nicht-Bauern sich für etwas Besseres halten und herabblicken, das haben wir heute auch noch. Aber wir kriegen gerade wieder so mit der Faust ins Gesicht gedrückt. Die bösen Menschen im Mittelalter haben alle geglaubt, die Bauern sind böse, dumm und sonst was. Hm. Dieses Lied aus dem 14. Jahrhundert gehört immer noch zum Repertoire von Chören weltweit. Hier singt es einer aus Taiwan. Die dort als schmutzig und stinkend beschriebenen Kerle sind flämische Bauern der Küstengebiete. Komisch, dass es auf einmal keine Untertitel mehr gibt. 1325 revoltieren sie gegen den Grafen von Flandern und seinen Verbündeten, den König von Frankreich. Dieser große Bauernaufstand im 14. Jahrhundert ist kaum bekannt. Was? Okay, also ich kenne ihn. Das ist die Chakerie, oder? Müsste es sein. Und der ist ziemlich bekannt. Also neben den Bauernkriegen in Deutschland so und vielleicht noch der Revolution in England, also der Revolte in England, ist das so der große Bauernaufstand. Drei Jahre zuvor wurden die Bauern in der Schlacht von Kassel vernichtend geschlagen. Die königlichen Chroniken feiern diesen Sieg. In den Miniaturen erkennt man den König von Frankreich an seiner Lilie. Bauern sieht man jedoch nicht. Vielleicht ja schon. Es gibt so eine ganze Menge Freibauern, die gar nicht so schlecht ausgestattet sind. Also gut, jetzt so voll beritten zu Pferde, weiß ich nicht, aber ihr geht jetzt davon aus, dass bauerliche Truppen in solchen Konflikten irgendwie unbewaffnet und mit dem Trechtflicker daherkommen. Das ist aber gar nicht so. Es ist eines Königs wohl nicht würdig, dass er im Kampf mit einfachen rebellischen Burschen dargestellt wird. Diese Auffassung von Bauern als minderwertigen Wesen gewann im Laufe des Mittelalters an Bedeutung. Natürlich, Entschuldigung, James Wortfall, er sagt ja eigentlich relativ kluge Sachen, aber wir haben ja genau diese Entwicklung weg von der Eigenwirtschaft, sprich die Grundherren, die sich so langsam zu dem entwickeln, was wir als Adel sehen, haben immer weniger mit ihren Bauern zu tun und wenn man mit Leuten nichts zu tun hat, dann verstärken sich die Vorurteile. Je weiter man weg ist von der Schicht der Bauern, umso mehr Vorurteile finden wir natürlich und umso mehr Abgrenzung finden wir. Das ist ja nicht verwunderlich und der Adel zieht sich auf Burgen zurück, später auf Schlösser und hat immer mehr Abstand. Bei den Städten genauso und dadurch, dass ein guter Teil der Bevölkerung, der mächtige Teil der Bevölkerung immer weniger mit Bauern zu tun hat, werden diese Gräben immer größer. Das haben wir ja heute immer noch. Die Chronisten nicht wussten, wie sie mit den Bauernaufständen umgehen sollten. Sie verstanden nicht, was das ist, denn die bäuerlichen Protagonisten handelten ohne Anweisung eines Herrn. Die Aufstände richteten sich ja gegen einen Herrn oder den Staat. Deshalb galten sie als bedeutungslos und die Bauern als irrational, weil sie offenbar nicht wussten, was sie tun. Im damaligen Gesellschaftssystem ist ja auch klar, denn wir haben ja diese Teilung, die, die kämpfen, die, die beten, die, die arbeiten und es ist ja eigentlich so ein Gesellschaftsvertrag. Ihr Bauern arbeitet, wir beschützen euch und das ist ja letztlich auch die Idee dahinter. Die Schackerie hat natürlich auch entsprechende Ausschlöse, denn wir haben im Hundertjährigen Krieg auch im, ich glaube in Frankreich quasi einen Bürgerkrieg. mehrfach, also die verschiedenen Parteien haben sich massiv gekämpft, später werden es die Armaniaken gegen die Burgunder seien wirklich Verwüstung und im Vorfeld der Schackerie hat der mit den Engländern Verbündete Karl der Böse von Navarra die Gegend verwüstet. Also wir haben da genau, etwa der schwarze Prinz von Wales ist so einer der Frühen, der Terrorkrieg führt, das ist etwas Neues. Der zieht in Länder, es ist immer noch beschränkter als heute, er kann immer noch kein ganzes Land verwüsten, aber er zieht durch fruchtbare Täler und zerstört alles und das ist so der Punkt, wo die Bauern dann sagen, wenn wir nicht geschützt werden, dann habt ihr auch kein Recht, was von uns zu verlangen und das ist so einer der Auslöser, das ist so der Punkt, an dem, wie das Ganze entzündet und das ist für einen Adligen in der Zeit natürlich schwer zu erfassen, denn er hat ja das Selbstbild, ich bin der Schutzherr und ja, das ist schon umwälzend, was da passiert. In dem inkohärenten Handeln sah man nur bedeutungslose Gewalt. Noch heute nennt man in Frankreich jeden Ausbruch von Volkszorn, dessen Ursache man nicht sieht oder sehen will, Jacquerie. Jacquerie, warum ihr jetzt ausgerechnet bei Frankreich mit Bauernaufstand irgendwelche Archivbilder aus den, ich würde sagen, 50er oder 60er nehmen müsst, ist mir nicht ganz klar. Ihr hättet da ein paar modernerer. Wie diese Demonstration bretonischer Bauern im Jahr 1967. Der Grund, der plötzliche Preisverfall für Schweinefleisch. In Frankreich hätte ich auf den Anstieg des Brotpreises getippt, das ist da immer sofort ein Grund für Proteste. Der Begriff Jacquerie geht zurück auf den spöttischen Spitznamen Jacques Bonhomme, den die Edelleute den Bauern gaben. Ist eine der Erklärungen dafür, ja. Aber Jacques Bonhomme ist so der typische Bauer, also wie bei uns Otto Normalverbraucher. Das ist Jacques Bonhomme. Ihr Aufstand im Mai 1358 beginnt mit dem Massaker an vier Adligen auf dem Land. Auf der Ile de France brechen antifeudale Proteste aus, die niemand kommen sah und eindämmen kann. Gut, das ist eine ganz andere Buchmalerei. Ich habe ein paar von denen letztens schon mal verwendet. Ich glaube, bei den Kriminalfällen hatte ich die. Die haben jetzt mit der Jacquerie an sich überhaupt nichts zu tun, aber die war schon relativ groß. Da wurden vor allem auch etliche Adelssitze dem Erdboden gleichgemacht. Also da wurde tatsächlich auch wirklich antifeudalistisch. Das ist nicht ganz falsch, dass ein antifeudalistischer Aufstand ist, auch wenn das Ganze jetzt schon so langsam im Abklingen ist. Wochen machen die aufständischen Bauernjagd auf Adlige und plündern ihre Burg. Im Juni schlagen die Adligen die Jacquerie nieder und töten tausende Rebellen. Also ähnlich wie bei den Bauernkriegen ist die Vergeltung der Adligen relativ heftig. Die Chronisten schildern die Grausamkeit der Bauern, doch den Aufstand finden sie absurd. Tatsächlich gibt es einen Grund, denn damals beginnt der sogenannte Hundertjährige Krieg. Das ist schon die Frühphase des Hundertjährigen Kriegs. Der hatte schon begonnen. Die Bauern ahnen, dass sie die Hauptopfer des Krieges sein werden. Die Adligen wittern dagegen die Gelegenheit, ihre Tapferkeit unter Beweis zu stellen und sich in Szene zu setzen. Der best ausgestattete Ritter oder Mittelalter Film, den ich kenne. Heinrich hier ein bisschen sieht ist Metall zu der Zeit. Da ist schon sehr viel Nicht aus Metall von dem was man im Bild sieht. Es gibt wirklich in diesem ganzen wundervollen Film eine Szene bei der ich Kopfschmerzen kriege, nämlich die Kräne, mit denen die Ritter aufs Pferd gehoben werden. Und welche Szene suchen sie sich aus? Natürlich die. Die Berater wussten, dass das Quatsch ist, haben es aber absichtlich drinnen gelassen, weil sie die französischen Ritter als schwerfälliger als die englischen darstellen wollten. Deswegen werden die Franzosen mit einem Kran aufs Pferd gehoben und die Engländer nicht. Das von den Bauern erpresste Schutzgeld geben sie für Schmuck aus und brechen damit das Fundament des Feudalpakts. Welches von den Bauern erpresste Schutzgeld? Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Also natürlich wurden während des 100-jährigen zusätzliche Abgaben eingefordert. Das hat den Bauernstand durchaus schwer belastet, aber welches Schutzgeld? Also das ist auch schon ein bisschen, wenn man heute von Steuern redet und es gibt ja Leute, die immer erzählen, ja Steuern sind Raub, sehe ich nicht so, ich finde die sind ganz brauchbar, also wenn man sie richtig einsetzt, aber genauso ist es hier, es ist kein Schutzgeld, es sind die üblichen Abgaben, es ist Teil des Gesellschaftssystems. Zeitgenössische Miniaturen scheinen die Wut der Bauern zu bestätigen, denn die entrüsten sich darüber, dass ein Bild, auf dem sich Bauern entrüsten und ihr zeigt jetzt das, ich glaube Januar Bild aus dem Stundenbuch des Duc de Berri auf dem der Duc de Berri ein Festmahl einnimmt, das ist sein Hofstaat, den ihr da seht, Fun Fact, ich kann das relativ gut sagen, weil ich habe das Buch zufällig gerade hier auf dem Schreibtisch liegen, ich kenne den Inhalt. Es ist wieder so Bildquellen mit der Schrotflinte. dass der Ertrag ihrer Arbeit den Adligen zum Kauf von samtigen Stoffen und Strümpfen aus Seide dient. Es geht um die wertvollen Stoffe zu zeigen. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ich verstehe es nicht. Als wäre das Unglück des Krieges nicht schon schlimm genug, bricht in Europa auch noch die größte Pandemie aller Zeiten aus. Das ist doch aus Nosferatu, oder? Die nehmen ernsthaft, es ist doch die Demeter. Also Nosferatu ist ja im Prinzip Dracula umgeschrieben aus Gründen der Rechte und eigentlich in der Story ist es die Demeter, mit der Dracula einfährt. Und das nehmen aus einem Schwarz-Weiß-Stumm-Film nehmen sie ernsthaft für die Pest. Wie wie packe ich Bilder ins allgemeine kulturelle Gedächtnis der Leute? So. Die Pest Murnaus-Film Nosferatu erinnert an diesen Schrecken, der über das Meer gekommen ist. Was? Im Ernst? Bram Stoker hat mit seiner Ankunft von Dracula an die Pest erinnern wollen? Sie mich versch... Im Ernst? Unfassbar. Okay. Okay. Es ist, also ich finde, im 19. Jahrhundert muss man da nochmal das Ganze ein bisschen aufleben lassen und die Pest nochmal so ein bisschen vergegenwärtigen. Ist, glaube ich, ganz wichtig. Im Film verkörpert ihn ein Vampir aus den Karpaten. Heute ist bekannt, dass der Ursprung der Pest in Zentralasien lag. Von dort... Was hat jetzt... Was haben jetzt die Karpaten mit Zentralasien zu tun? Dort breitete sie sich nicht wie im Film zuerst in Bremen, sondern in Marseille aus. Sie ging... Marseille? Nee. War nicht Genua der erste Ausbruchsort? Ich meine doch, oder? Auch nicht bei Tagesanbruch in Rauch auf, sondern verwüstete Europa zwei Jahrhunderte lang. Die erste Welle von 1348 fordert zehntausende Tote, die in Massengräbern bestattet werden. Man beschuldigt die Juden, Brunnen vergiftet zu haben. Leider ja, ganz massiv. Die alte Verschwörungstheorie gegen eine andere Gruppe fängt da an. Erstens die Juden als Brunnen vergiftet, spätestens Hexen und so weiter. Und heute haben wir das immer noch. Hat sich nichts geändert. Oder nennt den Zorn Gottes als Erklärung. Prozessionen sollen ihn besänftigen. Inmitten dieser Krisen will der König von England den Bauern 1381 eine neue Steuer auferlegen. Die Die Pest kommt 1348 an und wütet etwa fünf Jahre in Wellen. Also sind wir bis 1353. Und jetzt kommt eine Steuer, die nahezu 30 Jahre später erhoben wird und haut mitten in die Krise rein. Weigern sich empört und marschieren zu Tausende nach London. Da sind wir jetzt beim englischen Bauern Aufstand. Auf dem Weg dorthin plündern sie Klöster und Abteien. Wie die Abtei von St. Orbans, deren Abt alle Handmühlen seiner Bauern beschlagnahmt hat. Er will sie zwingen, ausschließlich die Mühle der Abtei zu nutzen. Was völlig üblich ist. Handmühlen waren teilweise sogar verboten, weil der Grund der hat Interesse daran, dass seine Mühle verwendet wird. Das ist ein Punkt. Völlig richtig. Die Mühlsteine der Bauern verwendet er selbst und legt damit den Boden seines Besucherzimmers aus. Handmühlen. Die Rede war von Handmühlen. Jetzt zeigt ihr große Mühlräder. Als die aufständischen Bauern die Abtei erobern, zerschlagen sie die Mühlsteine in kleine Stücke. Einer Chronik zufolge teilen sie wie man sonntags in der Kirche eine Hostie erhält. So soll das Volk erfahren, dass man Rache genommen hat. Sie haben sie gegessen? Vor den Toren Londons werden die Aufständischen schnell besiegt. Ihr Anführer, Priester John Ball, wird gefoltert und hingerichtet. Noch eine Niederlage. Oder war Tyler Daddy? Ich weiß nicht mehr. Doch erstmals findet die Stimme revoltierender Bauern Gehör. Zeitgenössische Chronisten kopieren die Predigten von John Ball, offenbar ohne sie zu verstehen. Warum sollten die nicht verstanden haben? Warum kopiert man eine Predigt ohne sie verstanden zu haben? Sind die dumm? Also eine Partei ist dumm. Ich weiß nicht, ob es die Kopisten im Mittelalter oder die Verfasser dieser Texte sind, aber ich bin mir ganz sicher, eine von beiden Parteien ist dumm. Denn er fordert die Aufständischen auf, die Herren zu töten, so wie man Unkraut herausreißen soll. Für die Chronisten war der Aufstand bedeutungslos. Deshalb nahmen sie einige Dokumente der Bauern sogar in ihr Geschichtswerk auf. Die Dokumente spielten für sie keine Rolle und so haben die auf englisch verfassten Predigten von John Ball in lateinischen Chroniken überlegt. Naja, es ist eine Chronik. Eine Chronik soll doch Ereignisse aufschreiben, auch wenn man sich damit nicht gemein macht, oder? Das war nicht als Scherz gedacht. Man wollte Worte der Bauern hinzufügen, die offensichtlich keine Bedeutung hatten. Tatsächlich haben diese Predigten aber eine große Bedeutung, denn sie beschreiben eine Welt, wie sie die Bauern verstehen. Für uns haben sie auch Bedeutung, weil wir aus anderen Quellen wissen, was die Bauern dachten. In den Predigten von John Ball geht es um Vertrauen und gegenseitige Solidarität. Jetzt sind wir mit der Bildwelle im Jugendstil. Ich liebe es. Das berühmteste dieser Predigten greifen englische Sozialisten im 19. Jahrhundert auf. Sie stellt das Prinzip der sozialen Ungleichheit infrage. Als Adam grub und Eva spann, wer war da der Das benutzen im Bauerkrieg auch. Als Adam grub und Eva spann, wo war da der Edelmann? Wurde hier auch verwendet. Das Zitat wird John Ball zugeschrieben und scheint authentisch zu sein. Als Adam grub und Eva spann, wer war da der Herr? Entschuldigung, kennt ihr das nicht? Warum versetzt ihr das so? Da gibt es doch eine deutsche Variante. diesen Spruch gibt es doch ganz genauso auch auf Deutsch. Mit anderen Worten, im Garten Eden gab es keine Herren. Das ist ein religiös gemeintes Bild. Aber ist es wichtiger als Menschen, die keine Steuern zahlen wollen? Das wird nicht ganz klar. Ich denke, dass Menschen Vorstellungen haben können, die sich tatsächlich widersprechen. Es ist möglich, sich eine perfekte Vergangenheit ohne Herren vorzustellen, in die man zurückkehren kann. Zugleich kann man denken, ich will die Steuer nicht zahlen und will auch nie mehr zur Zahlung aufgefordert werden. Das ist ja heute, also Entschuldigung, das ist ja genau das, was heute wieder gesagt wird. Es ist ja, wenn wir gerade hierzulande relativ selten haben, wirklich so Anaschokapitalisten und wirklich extreme Libertäre, da ist die Forderung ist doch auch da. Der Staat möge möglichst klein sein, sich raushalten und am besten gar keine Steuern. Also das ist doch keine Vorstellung, die irgendwie heute. Ich verstehe ganz oft nicht, warum solche modernen Beispiele nicht irgendwie zur Einordnung genommen werden. Das wirkt immer so, als wäre das was genuin Mittelalterliches. Ist es aber nicht. Der Widerspruch besteht darin, dass die Rückkehr in den Garten eben viel radikaler ist, als keine Steuer zahlen zu wollen. Im Jahrhundert nach dem englischen Bauernaufstand richten sich soziale Forderungen gegen die katholische Kirche. Aber wenn das Jahrhundert nach dem Bauernschau aufsteht, dann sind wir im 15. Jahrhundert und diese Bilder sind nicht aus dem 15. Jahrhundert. Hier wird vorgeworfen, sie diene den Machthabern und verrate die egalitäre Botschaft des frühen Christentums. Anfang des 16. Jahrhunderts wird Martin Luther zum geistigen Kopf dieser Bewegung. Sie f... Was? Was tut Luther schon wieder? Das muss ich mir nochmal anhören. Kehr in den Garten Eden viel radikaler ist, als keine Steuerzahlen zu wollen. Übrigens, was das gerade nochmal gesagt hat, das Zitat als Adam Krub und Eva spannen, wobei der Edelmann sagt ja nicht zurückkehre in den Garten Eden, weil das ist ja die Zeit nach dem Garten Eden. Im Jahrhundert nach dem englischen Bauernaufstand richten sich soziale Forderungen gegen die katholische Kirche. Ihr wird vorgeworfen, sie diene den Machthabern und verrate die egalitäre Botschaft des frühen Christentums. Martin Luther wird jetzt als Vorkämpfer des illegalitären Christentums. Okay, das ist eine spannende Wende. Anfang des 16. Jahrhunderts wird Martin Luther zum geistigen Kopf dieser Bewegung. Die Protestanten waren also für eine Ich hatte gerade was gemacht zum Konstanz der Franzil, da ging es auch um Jan Hus und bei Jan Hus finden wir egalitäre Ideen innerhalb der Kirche. Die Kirche sollte egalitär aufgebaut sein, nicht die Gesellschaft. Und bei Luther ist das sehr sehr ähnlich, weil wer sind denn die Leute, die Luther stützen? Der Gag an der Protestantismus ist ja, dass die Landherren, die Territorialadligen, die Fürsten, dass die auch gleichzeitig das jeweilige Kirchenoberhaupt werden. Total egalitär. Super. Sie führt zur protestantischen Reform und löst den größten Bauernaufstand aus, den es in Europa bis dahin gegeben hat. Ja, die Frage, ist da wirklich vermutlich schon oder ist die Reformation Teil derselben Bewegung wie die Bauernaufstände? Ich würde es nämlich nicht unterschreiben, dass die Reformation die Bauernaufstände auslöst. Das hat miteinander zu tun. Das ist so eine allgemeine Unzufriedenheit. Auslöser der Bauernaufstände ist vor allen Dingen, dass die Adligen versuchen, die Zeit zurückzudrehen und alte Rechte der Bauern einfach kassieren wollen. Das ist auch die Zeit, in der wir teilweise wieder die Leibeigenschaft zurückbekommen, die eigentlich schon versehbar. Aber ich würde auch mit der Haltung nicht unterschreiben, dass die Bauernaufstände durch die Reformation ausgelöst werden, sondern es sind verschiedene Dinge einer grundsätzlichen Bewegung. In der selben Zeit haben wir auch die Ritteraufstände. Von Sicking, Hutten, die machen ja ihren Ritterkrieg und das ist letztlich auch eine Folge derselben Bewegung. Aber ich würde auch da nicht sagen, das ist ausgelöst. Es hat alles Verbindungen, es sind dieselben intellektuellen Kreise, die das Ganze diskutieren und auch die Quellen hinterlassen, aber in der Form würde ich sagen, ne. Er beginnt auf seltsamste Art und Weise. Im Sommer 1524 befiehlt eine Gräfin aus Westdeutschland ihren Bauern, Schneckenhäuser einzusammeln. Diese Anweisung kommt jedoch ungelegen, da gerade die Ernte eingebracht wird. Die Bauern weigern sich. Ihr Aufstand breitet sich schnell in ganz Deutschland aus. Bei mehr als 300 Dorfversammlungen listet man alle Missbräuche des Feudalregimes auf, nicht nur konkreter, sondern auch symbolischer. Es gibt eine ganze Menge Forderungen. Das sind ja wirklich der deutsche Bauernaufstand. Es wurde eine lange Liste an Forderungen formuliert. zum Beispiel auch was Priester angeht, also der Bauernaufstand war immer auch ein Streben nach Teilhabe im religiösen Leben. Das bringt ihn zumindest in die Nähe der Reformation. Aber wie gesagt, wir haben da eine ganze Menge Punkte. Ich glaube, Bauernaufstand muss ich auch als Thema unbedingt machen. ist ein sehr spannendes Thema eigentlich. Aus der Sicht eines Grundherrn ist das Land ein Gebiet, in dem man jagen und bei Bedarf über die Felder reiten kann. Es geht um den Raum und die Entfernung, die man auf einem Pferd zurücklegt. Doch die Bauern ärgert es, wenn jemand über das Land reitet, auf dem sie gerade Feldfrüchte angebaut haben. Deswegen das auch ein Verhalten ist, das beklagt wird. Da gibt es auch Quellen, die nicht bäuerlich sind, die sagen, wer sowas macht, ist halt ein Idiot. Weil mach es doch da, wo nicht gerade ein Bauer arbeitet. Jagdpferde oder Schlachtrösser sind andere Tiere als die Arbeitstiere der Bauern. Oh ja, oh ja. Ein Pferd, das nicht gerade einen Pflug zieht, sondern auf dem man sitzt, das macht einen im wahrsten Sinne grösser. Wenn ein Herr einen Bauern zu Pferd aufsucht, befindet er sich über ihm und schaut buchstäblich auf ihn herab. Deshalb verlangen die Bauern, dass der Herr vor Ort vom Pferd absteigt. Spannender Punkt ist es verlangen konnten. Außerdem haben die Herren große Jagdhunde dabei, die der Bauer in seinem Haus füttern muss. Die Bauern beschweren sich, dass sie den Hunden des Herrn Fleisch geben müssen, obwohl sie nicht mal die eigenen Kinder ernähren können. Aber wenn sie es nicht tun und vor allem dünne Hunde nicht füttern, bekommen sie Probleme. Kenne ich so nicht, bin ich schräg. Ich weiß nicht, wo es die Regel gibt, dass der Herr zu irgendeinen Bauern geht, seine Jagdhunde mitbringt und verlangt, dass sie gefüttert werden. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwelche zeremoniellen Sachen sind, wenn ein Grundherr das Dorf aussucht, da gibt es voll mit Zeremonien. Wenn jemand kommt, dann gibt es bestimmte Geschenke und so weiter. Aber ich glaube, da ist einfach irgendwas gerade aus dem Zusammenhang gerissen worden. Im Frühjahr 1525 einigen sich die Bauern auf die sogenannten zwölf Artikel, ein Manifest mit ihren Forderungen. Das sind genau die Artikel der Bauern. Die radikalste verlangt die Abschaffung der Leibeigenschaft, wo es sie noch gibt. so wahnsinnig verbreitet. Und dass diese Artikel gedruckt wurden, zeigt auch, dass die Sympathie dafür durchaus schon über die Bauern hinausgeht. Der Bauernkrieg, da waren auch Städte beteiligt auf beiden Seiten. Es gab auch Sympathisanten, auch Priester, die sich angeschlossen haben. Das ist nicht nur bei den Bauern geblieben. Und dann wurden auch diese Artikel gedruckt. Das ist mitten in der Zeit der intellektuellen Auseinandersetzung und die Bauernkriege werden auch so der erste Propagandakrieg bezeichnet. Genau dazu will ich noch was machen. Da ist gerade ein Buch erschienen, das sich mit diesem Thema beschäftigt. Ich Nachrichtfertigung enthalten die Artikel Verweise auf Stellen in der Bibel und werden zum Bindeglied des bewaffneten Aufstands. Das Bauernmanifest verbreitet sich in ganz Deutschland dank einer neuen Erfindung des Buchdrucks, die zu dem Zeitpunkt ungefähr 75 Jahre alt ist. Also nicht ganz so neu. Aber natürlich der Buchdruck hat Fahrt aufgenommen und viel wichtiger als die Erfindung des Buchdrucks ist die extreme Ausbreitung des Buchdrucks. Wir haben mittlerweile in fast 200 Orten Druckerpressen stehen und zwar teilweise auch mehrere und deswegen ist der Zugang dazu da und gerade so viele Bauernaufstände sind ja auch im Gebiet grob zwischen Main und Donau da sind natürlich auch viele Städte die so etwas umsetzen können und wie gesagt die hatten ihre Sympathisanten Innerhalb von zwei Monaten wird es 25.000 Mal gedruckt unfassbar für die damalige Zeit Och nö eigentlich nicht Außerdem enthalten satirische Bilder die die Zustände in der Kirche anprangern und da ist eben auch der Punkt die Reformation also gerade Luther hätte sich da durchaus anschließen können Luther geht aber auf die andere Seite und verdammt die Bauernaufstände es gibt andere Thomas Münzer zum Beispiel die sich sehr auf die Seite der Bauern stellen und dafür am Ende hingerichtet werden er ist auch deutlich radikaler aber das ist tatsächlich gerade der Punkt wo ganz spannend ist wie der Obrigkeit wie die sich am Ende positionieren auf dem Höhepunkt zählen die Bauernheere bis zu 300.000 Mann sie erobern zahlreiche insgesamt selbst das also 300.000 Mann ist aber hui nicht nur Burgen sondern auch Klöster die ihnen besonders verhasst sind Klöster hatten damals unglaublich viel Macht sie verliehen Geld waren Lehnsherren kontrollierten riesige Gebiete und erhöhten die Lasten die die Bauern tragen mussten auf dem Land gelegene Klöster stachen hervor sie standen ganz klar für die Konzentration von Reichtum Ernteerträgen und Überfluss erstmals in der Geschichte hinterlässt ein Bauernaufstand Spuren wie diese Bilderserie die den Angriff auf die Abtei von West North dokumentiert äh der erste Bauernaufstand der Spuren hinterlässt also ich glaube die Jacquerie hat auch Spuren hinterlassen ihr meint jetzt mediale Spuren und zwar von Seiten der Aufständigen weil in den anderen Beispielen Jacquerie und der Passage Revolte haben wir ja vor allen Dingen Quellen von der Gegenseite das das meint ihr bestimmt oder und was sieht man hier jetzt für eine Quelle erstmals in der Geschichte hinterlässt ein Bauernaufstand Spuren wie diese Bilderserie die den Angriff auf die Abtei von West North dokumentiert die Abtei von West North linkt das für euch irgendwie nach deutschem Bauernaufstand ist es vielleicht falsch übersetzt er flieht zu Pferde die Mönche folgen ihm zu Fuß die Aufständischen plündern die Abtei und leeren Fischteiche Vorratskammern und Weinkeller sie stopfen sich voll betrinken sich streiten so sehen die Herren die wilden Bauern die Rebellen selbst sehen es anders also ich bin mir sicher dass bei so einem Plündern einer Abtei oder in ähnlichen Orten es auch zu Exzessen kam vor allem auch zu Nahrungsexzessen weil die Gelegenheit hat man nur einmal die Gruppe zog zu einem Kloster ging hinein und eroberte es einer wusste wie man eine Burg niederbrennt einer wusste wie man eine Burg niederbrennt ja gut dass man so jemanden dabei hat er warf einen Brandsatz mit Schießpulver hinein und so wurde die Burg gesprengt die hatten damals Brandsätze mit Schießpulver die werden werken konnte und dann liegt die Burg in die Luft atomare strategische Handgranaten was erzählen die uns denn da gerade wenn man ein Wahrzeichen vernichtet wirkt die Landschaft des jeweiligen Grundherrn völlig anders das gehörte wohl auch dazu okay verstehe ich nicht die Bauern zogen gemeinsam durchs Land wahrscheinlich wurde gepredigt was motivierend gewesen sein muss die Gruppe erreichte Orte die viel weiter von zu Hause entfernt waren als die Märkte die sie normalerweise aufsuchten ähm von welcher Gruppe reden die eigentlich gerade also reden die von Deutschland reden die von England auf was für Quellen bezieht sie sich und verstehe ich nicht und so führten die Bauern ein völlig anderes Leben jenseits von Feudalismus und den Zwängen des Alltags Forderungen der Bauern sind pragmatisch ihr Glauben eher mystische Natur überzeugt die Sterne und die göttliche Vorsehung auf ihrer Seite zu haben glauben ich glaube nicht immer eher mystischer Natur ich frage für einen Freund aber sie fest an ihren Sieg doch ihre Armeen werden schließlich aufgerieben und vernichtet ein massiv also die werden wirklich aufgerieben 130.000 Bauern verlieren in den Kämpfen und durch die folgende Repression ihr Leben Martin Luther hat die Aufständischen inspiriert doch er vertritt die Seite der Sieger 1525 schreibt er die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern man soll sie zerschmeißen würgen stechen heimlich und öffentlich wer da kann wie man einen tollen Hund erschlagen muss vor diesem Hintergrund entwirft der Maler Albrecht Dürer ein Denkmal das unverkennbar auf die Niederlage der Bauern anspielt Auf jetzt Jetzt sind wir bei Robotern ich gebe auf ich gebe auf wer macht diese Szenen wer macht diese Auswahl Abgeleitet vom tschechischen Roboter, das Frohendienst oder Zwangsarbeit bedeuten kann. Für die Bauern in diesem Teil Europas ist Leibeigenschaft noch in frischer Erinnerung. Tatsächlich bleibt sie bis ins 19. Jahrhundert, taucht hier jedoch erst spät, im 14. Jahrhundert auf. Ja, das ist so mit der Leibeigenschaft das große Problem. Man denkt immer, das sei so durchgehend. Aber tatsächlich nimmt die Leibeigenschaft in Zentraleuropa deutlich ab und nach dem Bauernkriegen kommt sie wieder zurück. Also es gibt ein paar Flecken, gerade in Württemberg kommt sie nochmal wieder, vor allem östlich der Elbe. Da kommt sie relativ stark, denn da schaffen es die Junker, die Grundherren, die Gerichtsbarkeit an sich zu bringen. Und das führt dann zur zweiten Leibeigenschaft, die letztlich bis ins, ich weiß gar nicht, spätes 19., aber nicht mehr frühes 20. Jahrhundert, meine ich, dauert. Und in Osteuropa, Russland ist ja ganz bekannt mit ganz vielen Leibeigenen, da taucht sie erst relativ spät auf, aber da bleibt sie halt auch bis ins 20. Jahrhundert bestehen. Genau zu jener Zeit, als sie im Westen bereits verschwunden ist. Dieser Unterschied zwischen Ost und West ist eine spektakuläre Folge des enormen Rückgangs der Landbevölkerung infolge der Pest. Wegen der fehlenden Arbeitskräfte in Westeuropa sind die Bauern in einer starken Position gegenüber den Grundherren, die sie besitzen. Da sind wir aber jetzt lange vor den Bauernaufständen. Das ist die Situation vor den Bauernaufständen, die dann letztlich zu den Bauernaufständen führt, weil da wollen die Grundherren das wieder zurücknehmen. Jetzt macht ihr wieder einen Riesensprung. Aber ja, genau, die Bauern sind erst einmal in einer sehr, sehr guten Position. Es fehlen Arbeitskräfte. Das ist immer gut. Um Arbeitskräfte zu binden, wird ihnen Freiheit gewährt. Ja, schon wieder die Kette am Fuß. Ich fasse es nicht. Und der Drache. Das ist genau das. Hier sind wir nach dem, oder nicht nach dem Bauaufstand, aber im Prinzip etwas später. Ja, und eigentlich ist es schon durchaus korrekt. Im West-Ihrangebiet können die Bauern tatsächlich aus dem Mangel an Arbeitskräften Freiheiten gewinnen. Vor allen Dingen, weil auch Gerichte zentralisierter werden. Und östlich der Elbe eben, wie gesagt, die Grundherren haben die Gerichtsbarkeit. Und die können dann eben als Richter durchaus die Freizügigkeit anders einschränken. Wir haben ja zwei Systeme, Freizügigkeit zu bekämpfen oder Abwanderung zu bekämpfen. Einmal, ich gebe dir mehr. Und einmal, ich verbiete es dir. Und westlich der Elbe hätte das nicht funktioniert. Östlich der Elbe funktioniert es ziemlich gut. Weil da die Gesellschaft, also die ist nicht primitiv oder so, aber die Struktur ist einfach eine völlig andere. Und auch, ja, gleichmäßiger, weil wir reden eben von Gutshöfen und Bauerndörfer. Da haben wir eben bei weitem nicht so viele große Städte und ähnliche Störfaktoren, die das Ganze schwieriger machen. Und westlich der Elbe ist halt die Alternative, wenn du mich nicht gehen lässt, dann renne ich halt weg und gehe in die Städte. Da kriegst du mich nie wieder. Und östlich der Elbe ist es halt schwierig. Da gibt es einfach nicht so viele Städte für. Denn ein Großteil der Bevölkerung, die haben einfach keine Alternative. Frohendienst, Umzugsverbot, Heirat nur mit Erlaubnis des Herrn. Frauen dagegen müssen ledig oder verwitwet bleiben, wenn sie ihren Hof behalten wollen. Welch? So ein Quatsch. Ja, aber das sind halt genau diese Beschränkungen von Ehe und Ähnlichem. Das ist ja der Punkt der Leib-Eigenschaft. Der Unterschied zwischen Sklaverei und Leib-Eigenschaft. Der Leibeigene gehört zu seinem Grund und Boden. Den kann ich nicht verkaufen. Außer ich verkaufe den Grund und Boden. Dann verkaufe ich ihn mit. Und da hängt er dran. Und dementsprechend gibt es natürlich auch Regularien. Weil wenn ich einen Leibeigene Mann und eine Leibeigene Frau habe, die am besten nicht aus dem selben Dorf stammen sollten, dann sind da zwei Grundherren. Und deren Interessen sind problematisch. Und hier bei der Frau, wenn ich da einen anderen Leibeigene reinhole, dann habe ich ein rechtliches Problem. Das heißt, ich müsste als Grundherr dafür sorgen, dass ein anderer Mann, der kein Problem ist, zum Beispiel aus meinem sonstigen Besitz oder ein Knecht oder sonst etwas, was da hingeht. Aber da fangen halt tatsächlich vertragliche und rechtliche Probleme an, wenn ich die Leibeigene verschiedener Herren miteinander vermische. Und das will ich ja eigentlich, weil die Folgen, wenn ich es nicht tue, sind eher unangenehm. In normalen Gesellschaften Westeuropas wurden vom 16. bis 18. Jahrhundert etwa 15 Prozent der bäuerlichen Haushalte von Frauen geführt. Frauen waren also sehr gut in der Lage, einen Bauernhof zu managen. Klar. In europäischen Gebieten mit viel Leibeigenschaft betrug der Anteil weiblicher Haushaltsvorstände in Bauerndörfern etwa 5 Prozent. Ja, ist aber doch klar. Da, wo keine Leibeigenschaft ist, ist das der Grund der Bäuerin. Die hat zum Beispiel geerbt, ist jetzt ihr Grund. Und sie kann damit, ja nicht ganz, aber sie kann groß und ganz wirtschaften, wie sie es für richtig hält. Bei Leibeigenen ist das nicht ihr Grund. Der gehört dem Herrn. Und wenn der Herr sieht, da ist der Mann gestorben, da ist jetzt die Frau dran, ja, besetze ich das Ganze mal anders. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Das lag daran, dass Dorfoligarchen und Grundbesitzer kooperierten, um Frauen von ihren Höfen zu vertreiben. Im nordböhmischen Friedland beschließt die Bauernwitwe Teschner, 1604, sich der Vertreibung zu widersetzen. In den Hofgerichtsakten kann man den Konflikt zwischen der Witwe Teschner und der Dorfgemeinschaft sowie dem Grundbesitzer verfolgen, der ihren Hof gegen ihren Willen verkaufen wollte. Es war nicht ihre Farm. Es ist nicht ihr Hof. Wir reden von einer Leibeigenen. Es ist verdammt nochmal nicht ihr Hof. Das Dorf wollte sie vertreiben, weil man glaubte, ihre männlichen Verwandten hätten Interesse an dem Hof. Und der Grundherr glaubte, wie alle in Osteuropa, dass von Frauen geführte Bauernhöfe für die drei bis fünf Tage Frohendienst, die sogenannte Roboter, nicht genug Arbeitskräfte hätten. Was ist denn das jetzt gerade für eine Argumentation? Die blöden Böhmen haben keine Ahnung? Was? Also ist ja jetzt nicht so, dass die Vormoderne nicht grundsätzlich so ein bisschen, sagen wir mal, eher nicht so feministisch unterwegs war. Das wundert jetzt niemanden, oder? Also ich sehe da tatsächlich weniger den Gedanken, aber die Frau kann das nicht, als es ist mein Land. Kann damit machen, was ich will. Die alte Witwe Teschner verlor, doch sie konnte ihren Hof noch drei Jahre behalten. Der Grundherr drohte, entweder du gehst, oder wir verkaufen den Hof zwangsweise, oder du verheiratest eine deiner Töchter, damit ein Mann den Hof führen kann. Das ist doch an sich, also, wie gesagt, es ist nicht ihr Hof. Es ist eine Leibeigene, es ist nicht ihr Hof. Und, ähm, also auch bei Leibeigenen dürft ihr jetzt nicht denken, nur weil man Leibeigen ist, ist man automatisch ein ganz, ganz kleines Licht. Guckt euch die Ministerialen an. Also, als Leibeigner kann man schon einen größeren Hof bewirtschaften. Und ihre Frohnien, sie hätte es dann eben von Knechten abdecken lassen, ja. Aber wenn jetzt im Prinzip der Vorschlag ist, einen deiner Töchter heiraten, dann übernimm pro Forma einen anderen. Ja, das ist, also aus heutiger Sicht natürlich, so geht man nicht wie Menschen um, überhaupt nicht. Aber aus damaliger Sicht sehe ich gerade den Skandal nicht. An dem Punkt brechen die Gerichtsakten ab. Wir wissen also nicht, wie es mit der Witwe Teschner weiterging. Vielleicht hat sie noch länger durchgehalten. Wenn sie drei Jahre geschafft hat, hat sie vielleicht auch weitere drei geschafft. Oder sie haben sich einfach geeinigt? 1781 hebt Kaiser Josef II. von Österreich die Leibeigenschaft auf, nachdem sechs Jahre zuvor ein Bauernaufstand ausgebrochen ist. Naja, in seinen Gebieten hebt er die Leibeigenschaft auf. Da gibt es noch ein paar mehr. Die Abschaffung wird erst 50 Jahre später wirksam. Auch durch diese Verzögerung entsteht eine wirtschaftliche und soziale Trennung zwischen Ost- und Westeuropa. Aber nicht erst dadurch. Vor der industriellen Revolution betrieben Bauern einen Großteil des Gewerbes, wie die Produktion von Textilien, Nägeln oder Strohhüten. Nee. Nee, liebe Professoren für Wirtschaftsgeschichte, nicht wirklich. Weil, ja, vielleicht über das Verlagssystem sind sie die Ausführenden. Aber wir haben auch vor der Industrialisierung schon Verlagswesen, wir haben schon Manufakturwesen. Also wir haben da schon deutliche Zentralisierung der Wirtschaft. Die Grundherren haben diese Tätigkeiten nicht völlig unterbunden. Aber sie wollten sie einschränken. Ist das so? Wollten sie das? Habe ich so nie das Gefühl gehabt. Außerdem erhoben sie Abgaben auf Webstühle, für das Spinnen und für Nägel. Natürlich wurden solche Abgaben erhoben. Ganz abgesehen, wie gesagt, Verlagswesen. Das waren jetzt alles auch Dinge, die im Verlagswesen gemacht sind. Das heißt, da gab es einen Verleger, der hat die Produktionsmittel bereitgestellt, hat die Rohstoffe bereitgestellt und hat abgenommen. Und der hat auch ganz gut was davon haben wollen. Die gesamte Entwicklung verzögert. Die unter Leibeigenschaft stehenden Gebiete Europas brauchten länger, um eine bäuerliche Wirtschaftsdynamik zu entfalten. Denn die hatten die Grundherren behindert. Natürlich zählt die Wirtschaft als Ganzes. Aber wenn Bauern mit 80 Prozent zur Wirtschaft beitragen, dann spielen sie eine bedeutende Rolle. Klar tun sie das. Wie gesagt, 80 Prozent halte ich für gering geschätzt. Es gibt aber auch zum Beispiel Württemberg, da haben wir auch relativ viel Leibeigenschaft. Da haben wir aber auch ganz viel kleinbäuerliches Gewerbe. Stichwort Kuckucksuhr. Was dann dazu führt, als die Industrialisierung aufkommt. Und ja, da hast du halt Kleinbauern mit relativ schlechten Lebensverhältnissen. Die sind sofort hier in die Fabrik. Bin ich sofort dabei. Klingt super. Ja, das ist dann auf einmal ein Vorteil in der beginnenden Industrialisierung. Und da, wo du große Höfe hast, ja, da sind die Bauern gar nicht so dran interessiert. Das ist tatsächlich eine Frage der Erbteilung. Wie werden Höfe beim Erbe aufgeteilt? Erzähl ich Ihnen andermal was dazu. Ab dem 16. Jahrhundert macht eine neue Pflanze dem herkömmlichen Getreide Konkurrenz. Sie wird indischer Weizen, türkischer Weizen, ägyptischer Weizen oder fremdes Korn genannt. Hinter diesen Namen verbirgt sich der Mais, die heilige Pflanze der Indianer in Amerika. Bevor er sich als Ackerfrucht etabliert, wird er von Bauern heimlich in Gärten kultiviert. Warum heimlich? Die Bauern haben diese Pflanze zuerst nur in ihren Gärten angebaut, damit der Grundherr sie nicht wegnehmen oder besteuern konnte. Aber das muss er nicht heimlich machen, weil die Gärten gehören. Also tatsächlich, Männerlords, bestes Beispiel, da haben wir ja Garten und so. Ja, der Garten ist tatsächlich Eigentum des Bauern. Damit hat der Grundherr tatsächlich nichts zu tun und da gibt es auch keine Abgaben. Und ich glaube einfach, dass sie den noch in viel kleineren Maßstab angebaut haben. Ich sehe nicht den Grund, es zu verheimlichen. Also sie ist heimlich. Und wie soll das funktionieren? Ich meine, Maispflanzen, ja, da reitet der Grundherr rum, weil er manchmal seine Hunde gefüttert haben muss. Oh, was ist denn das? Kann ich es nicht. Oder wie? Verstehe ich nicht. Gärten waren Bereiche, die den Bauern zur eigenen Nutzung zur Verfügung standen. Dieses Bild zeigt keinen Mais, weil dieses Bild ist das Tacunium Sanitatis aus dem Elsass, das Mitte des 15. Jahrhunderts gemalt wurde. Das kann keinen Mais zeigen. Der Garten war wichtig für die bäuerliche Wirtschaft. Denn er brachte das ganze Jahr über Ertrag ein, der von Steuern befreit war. Weil Selbstversorgung. Übrigens wunderschönes Bild aus dem Tacunium Sanitatis, das Wassermelonen zeigt. Schöne, große, reife, rote Wassermelonen. Tolles Bild. Allmählich verschwand der Mais aus den Gärten und wurde auf den Feldern angebaut. So wollten es die Grundherren. Ha, 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 nein, gar nicht so einfach. Wir haben ja Drei-Felder-Wirtschaft oder später so Zelgenwirtschaft, also Gewandpflicht und so. Und in diesem System der Drei-Felder-Wirtschaft ist ja klar, du baust Getreide A, zum Beispiel Weizen im ersten Jahr, dann zum Beispiel Gerste und dann kommt die Brache. Und das ist ein Problem. Die neuen Pflanzen, sowohl Mais als auch Kartoffeln, passen da so gar nicht ins System rein. Das hat tatsächlich, also diese Dinger wurden ja von den Dörfern vor allem genossenschaftlich bewirtschaftet. Der Kunde hat natürlich was mitzureden, aber dass der jetzt so da die Agenda hat, weiß nicht. Aber in dieses System kommen jetzt diese neuen Sorten und das ist gar nicht so einfach umzusetzen. Da gibt es tatsächlich Auseinandersetzungen, die teilweise auch zu einer starken Veränderung dieses Systems führen werden. Es ging ihnen aber nicht darum, vom Handel mit Mais zu profitieren. Sie wollten den Mais zur Ernährung der Bauern nutzen und dafür andere, wertvollere Getreidesorten auf dem Markt verkaufen. Mit dem Einzug von Mais auf dem Speiseplan der Bauern unterschied sich deren Ernährung maßgeblich von der Ernährung anderer Leute, die Produkte auf dem Markt kauft. Der Mais hat also nicht den Markt erreicht, oder was? Ganz nebenbei, wo sind wir eigentlich gerade zeitlich? Also zwischendrin waren wir schon im 20. Jahrhundert ab und zu, wir waren dann bei der Befreiung aus der Leibeigenschaft in Österreich. Also wir haben eigentlich, Industrialisierung hat schon angefangen. Jetzt sind wir bei Mais, der müsste so im 17. Jahrhundert anfangen. Ich habe die Orientierung verloren. Ich weiß nicht genau, wo wir sind. Was? Die wundert sich auch, was hier los ist. ... profitieren von der Verbreitung neuer Nutzpflanzen, sondern auch die Mücken. Dank der Reisfelder vermehren sie sich in Scharen. Reis bringt höhere Erträge ein als herkömmliches Getreide und ist damit äußerst lukrativ. Vor allen Dingen gilt es als Luxusgut, weil wir haben ja schon im Mittelalter Reis mehrfach in Kochbüchern. Es ist aber ein Importprodukt und es ist ein Luxusgut. Wenn ich ein Luxusgut günstig anbieten kann, dann wird es natürlich populär. Die Leute fanden es toll, ey, günstigerer Reis. Ja, so erschließt man Märkte. Bereits im 15. Jahrhundert entstehen in Norditalien riesige festungsartige Reisfarmen, wie die Tenuta Columbara in der Region Vercelli. Ja, es ist im 15., ich hätte sogar aufs 14. getippt, weil tatsächlich in der Zeit Reis eine ganz, ganz populäre Pflanze ist. Es gilt in der Vier-Säfte-Lehre als neutral, weil weiß. Großartig, für jeden bekömmlich. Was kann man marketingtechnisch noch Besseres sagen über ein Lebensmittel? Die Eliten besitzen das Kapital. Die Arbeit leisten die Bauern, deren Status man auf den von Landarbeitern reduziert. Ja, das ist jetzt halt wieder dieser Punkt, dass bäuerliche Selbstverwaltung wegfällt, wenn das Ganze eben, wenn sich so Dinge ändern. Und dann hast du auf einmal nur Landarbeiter, die natürlich weniger Rechte haben, weil sie keinen Grund haben, nicht mal irgendwie gegen Pacht. Die Unmengen von Mücken, die auf den Reisfeldern leben, verbreiten die tödliche Malaria, das Sumpffieber und den Schädling Reispest. Wobei Malaria im Mittelalter durchaus viel mehr verbreitet war als heute. Also wir haben einfach Sumpfgebiete in Europa gehabt, die erst nach und nach überhaupt urbar gemacht werden, die trockengelegt wurden und sowas. Also da entstehen jetzt natürlich wieder neue Feuchtgebiete, aber vorher gab es die auch. Also Malaria war in Europa einfach eine verbreitete Krankheit. Die städtische Aristokratie bereichert sich und genießt ihr Risotto. Doch sie verbietet die Anlage von Reisfeldern in der Nähe von Städten, weil sie sich schützen will. Die Landarbeiter sind in Gefahren schutzlos ausgeliefert. Bis in die 1950er Jahre. An der flämischen Küste bei Antwerpen sind die großen Umwälzungen vom 11. bis 15. Jahrhundert gut nachzuvollziehen. Hier liegen letzte Küstenfeuchtgebiete, die den Bauern bis ins Jahr 1000 als wichtigste Ressource dienen. Ich glaube nicht, dass die Landschaft dieselbe ist wie im Jahr 1000. Nein. Andere Teile der Landschaft werden an der Schwelle zur Neuzeit umgeformt. Die neuen Polderlandschaften sind in der frühen Neuzeit vom Handelskapital geschaffen worden. Im Prinzip geht es dabei um eine radikale Vereinfachung der Natur. Man hat diese neuen Küstenlandschaften rational und geometrisch am Zeichentisch konzipiert und den Plan dann in der Natur umgeformt. Zumindest hat man sie aufgeteilt. Aber ja, solche Polderlandschaften sind ja künstliche Landschaften. Die sind ja dazu da, um bewirtschaftet zu werden. Wenn man das anderswo gekonnt hätte, hätte man es auch gemacht. Und ganz ähnliche Pläne. Ich war gerade auf der Insel Reichenau und im Museum in Konstanz, in der Ausstellung bei Reichenau, hängt der Reichenauer Klosterplan. Also der Plan, wie die Reichenau in Felder aufgeteilt wurde, sieht ganz genau so aus. Kein Unterschied. Die Gebiete dienen einer neuen Art von Landwirtschaft, die sich auf ein einziges Produkt konzentriert. Über die Menge kann man ein einzelnes Produkt kosteneffizient produzieren. Im Prinzip hat der Kapitalismus dargetestet, wie man die Natur auf radikale Weise umgestalten kann. Würde ich widersprechen, weil der Kapitalismus, wenn ich das Wort überhaupt benutzen möchte in der Form, das schon viel, viel länger macht. Ja, gerade in den Niederlanden sind natürlich auch ein Ort, wo wir sehr früh etwas haben, wo der Begriff Kapitalismus stimmt, wo eben große Gesellschaften zusammenkommen. Ich meine, Ostindiengesellschaft, ja, wir übernehmen da einfach mal die ganze Kolonisation und so. Ja, in der Region hat man so etwas. Und deswegen ist der Begriff da auch nicht so falsch. Aber so ähnliche Sachen in kleinerem Maßstab sind doch nichts Neues. Ich meine, guckt euch an, wie Rom versorgt wurde. Aber das war auch sehr destruktiv. Also ich kann sagen, wer immer den gedreht hat, ist ein großer, großer Fan von Schwarz-Weiß-Filmen. Das habe ich verstanden. Finde er super. Hm. Was nützt mir das, wenn ich was über Bauern im Mittelalter erfahren möchte? Weil überlegt mal, wie viele Buzzwords wir noch nicht gehört haben. Ihr habt noch nichts gehört über so etwas wie Zelgenwirtschaft, Dreifelderwirtschaft, all diese Dinge. Ich habe ja gerade erst ein Video über Dorf im Mittelalter gemacht. Ja, ist ja relativ nah dran. Lustigerweise rede ich über ganz andere Dinge als die. Gut, ich gucke nur einen Teil dieser Doku. Vielleicht ist in den anderen drei Teilen all das enthalten, was ich gerade vermisse. Aber ich finde das irgendwie schräg. Ein Tempestari ist ein Mann, der alten Bauernlegenden zufolge die Elemente beherrschen und Stürme allein mit dem Atem bändigen kann. Bauernlegenden von wo? Tempestari ist ja nun Latein. Wovon reden wir gerade? Welche Zeit, welcher Ort? Weil ich bin ja wieder lost, weil ich weiß ja gar nicht, wo ihr gerade seid. Was sind das für Bauernlegenden? So wie er das sagt, klingt es als seien die überall. Im Flandern des 16. Jahrhunderts sind die Tempestarii Wasserbauingenieure. Es heißt, ihre immer imposanter und raffinierter werdenden Werke seien darauf ausgelegt, sich den schrecklichen Stürmen der Nordsee zu widersetzen. Sind sie doch auch? Wieso es heißt? Das ist die Definition eines Deichs. Die Deiche sollen so sicher sein, dass man zu ihren Füßen leben kann. Man verspricht, sie werden nicht brechen. Das Lustige ist, die Menschen leben an den Füßen solcher Deiche. Und bis auf Ausnahmen... Also, liebe Leute, fahrt mal nach Seeland. Provinz in Niederlanden. Fahrt mal dahin. Halbinsel Balschachen. Früher eine Insel, heute eine Halbinsel. Und fahrt mal da den Deich entlang. Ihr werdet euch wundern. Die Leute leben direkt am Fuß des Deiches. Kein Scherz. Doch es geschieht trotzdem mit verheerenden Folgen. Die Neugebauten Deiche brachen genau wie ihre mittelalterlichen Vorgänger häufig nach 20 bis 30 Jahren. Jetzt lebten aber Menschen in der Nähe des Deiches, als ob er nicht brechen könnte. Im Mittelalter haben auch Menschen in der Nähe des Deiches gelebt und sind bei den Sturmfluten ertrunken. Tatsächlich. Das erklärt die Zehntausenden von Opfern bei Überschwemmungen im 16., 17. und 18. Jahrhundert. Aber auch die Opfer bei den Überschwemmungen im 14. und 15. Jahrhundert. Selbst bei der letzten großen Überschwemmung im Nordseegebiet 1953 kamen noch 2.000 Menschen ums Leben. Da sind wir eben genau Seeland. Also da gibt es ein wunderbares Museum, das es extrem eindeutig zeigt. Deswegen wurden ja so Sachen wie die Osterschelde Kering gebaut. Also ein unfassbares Bauwerk. Wirklich ein achtes Weltwunder. Also das ist tatsächlich eine Geschichte, die, wenn man sich dafür interessiert und da mal in die Gegend reist, kann ich übrigens sehr empfehlen. Ich finde Waldscherchen als Urlaubsort fantastisch gut. Unbedingt mal anschauen. Es gibt immer noch soziale Unterschiede. Die Arbeiter leben in den tiefgelegenen Gebieten am Deich, also exponiert und gefährdet. Die größeren Bauernhöfe dagegen liegen im Polder und ein bis drei Meter höher. Ein, zwei, drei Meter höher gelegen, das macht bei einer Überschwemmung den Unterschied. Ja, macht einen massiven Unterschied. Zwischen Ertrinken und Überleben. Hm. Wie soll ich diese Folge jetzt nennen? Arter hat mich verloren. Lost in der Geschichte. Ahnungslos durch die Geschichte der Bauern. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ist übrigens Folge zwei von vier. Folge eins habe ich brutal übersprungen. Ich habe keine Ahnung, was die mir erzählen wollten. Ich glaube, es ging um die, um Rechte von Bauern. Da haben mir ganz viele Einordnungen gefehlt und vor allem war es so ein, es hat so den, es war so komplett negativ. Da ist nichts Gutes passiert. Wurde mal kurz erzählt, die eine Sache, wo der Bauer größer geworden ist, da konnten sie, war es mal besser, aber im Prinzip war alles immer schlechter und immer schlimmer. Und am Ende sogar haben sie die armen Bauern an den Deich gesetzt, die brutalen Menschen. Ich bin überrascht. Ich habe keine Ahnung, was mir diese Geschichte jetzt sagen sollte. Ich verstehe es nicht. Ich bin intellektuell einfach nicht auf der Höhe, dass ich verstehen kann, was mir das sagen will. Es klang, es sah für mich zum, also die Hälfte der Zeit war es irgendwie ein Kunstfilm. Also wer immer das gemacht hat, der hat ganz viel Spaß an Installationen und so. Also ich bin, ich bin wie gesagt völlig geratlos. Es ist viele Aussagen, finde ich mäh. Viele Aussagen waren auch gut. Experten waren zum Teil sehr gut. Die Bildquellen sind ja nicht so wahnsinnig viel vorgekommen. Wenn dann, also schöne Bildquellen, optisch hübsch, aber nicht sehr hilfreich. Ganz oft haben sie überhaupt nichts mit dem Bild zu tun. Ich glaube zum Beispiel die eine Sache, dieser Deichbruch, den man vorhin gesehen hat, ich glaube es war die absichtliche Öffnung der Deiche im Kampf gegen die Spanier, aber ich bin mir nicht sicher. Müsste ich nachschauen. Und diese Zeitsprünge. Wir sind ja ständig hin und her gesprungen. Zeit hier, Zeit da. Ich habe völlig die Orientierung verloren. Ich habe überhaupt keine, keine Einordnung. Und wenn mir das so geht, ich kenne mich mit diesem Gebiet halbwegs aus. Der normale Zuschauer, der kann ja da, der kommt ja so in so einen Bewusstseinsstrom und kann da gar keine einzelnen Aussagen mehr rausmachen und vor allem diese Aussagen kann er gar nicht verorten. Ist jetzt eine Aussage, wann ist das? Wo ist das? Wovon reden wir gerade? Wie haben wir plötzlich im 11. Jahrhundert Leib eigene in Osteuropa? Bin ich raus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, ich erzähle gar nicht mehr so viel. Ihr habt das ganze Ding mit mir gerade gesehen. Ihr könnt euch selbst ein Bild machen. Normalerweise mache ich ja gerne nochmal so eine schöne Besprechung, aber ich kann gerade gar nichts besprechen, weil ich bin verwirrt. Wie geht es euch? Schreibt es in die Kommentare. Soll ich mir die andere Folge auch noch anschauen? Wenn ihr ganz lieb bittet, dann gucke ich mir die anderen Folgen für euch auch noch an. Aber wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich fand es bisher eine der wirsten Dokumentationen, die ich jemals gesehen habe in dem Bereich. Eure Meinung würde mich interessieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bleibt gesund und haltet euch fern von solchen Dokus.